Am Beginn der heutigen Sendung darf ich Ihnen nun etwas Fröhlicheres berichten. Co-Housing, das könnte man mit gemeinschaftlichen Wohnen übersetzen, in skandinavischen Ländern ist dieser Begriff ziemlich verbreitet, bei uns eigentlich noch ein Fremdwort. Es geht ums Zusammenleben von Alt und Jung, Singles und Familien und das hat unglaublich viele Vorteile. Zwei Pioniere dieser zukunftsweisenden Wohnform, die schauen wir uns jetzt an und die zeigen uns das genauer. Lebensraum Gensandorf heißt es hier treffend, denn hier wird gelebt und nicht bloß gewohnt und zwar miteinander, in der Gemeinschaftsküche, im Innenhof, im Freien oder im gemeinsamen Vorzimmer, das den durchschnittlich 60 Quadratmeter großen Wohnungen vorgelagert ist. Also ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, in einer sogenannten normalen Wohnung zu wohnen, wo man eben die Nachbarn nicht mehr kennt, wo man relativ anonym ist. Das ist einfach für mich eine Verarmung. Ähnlich geht es Helmut Däubner, ortsansässiger Architekt und ebenfalls seit fünf Jahren im Lebensraum daheim. Ja, ich denke, dass es ein Thema unserer Zeit ist, wo wir immer mehr isoliert sind in der Gesellschaft, wo wir immer mehr Einzelpersonen haben, Alleinerzieher und so weiter und dass es den Wunsch oder die Sehnsucht gibt, wieder in einer Gemeinschaft sich gegenseitig zu unterstützen. Däubner und Grafvogel haben die erste nach skandinavischem Vorbild gestaltete Kuhhousing-Siedlung Österreichs initiiert. Angefangen hatte es mit einem längeren Aufenthalt Grafvogels in einer Selbstversorgungsgemeinschaft in Brasilien, wo die Wienerin erstmals gemeinsames Leben und Erleben praktiziert hat. Das war einfach für mich ein völlig neues Lebensgefühl und mir ist irgendwo das Herz aufgegangen. Ich habe mir gedacht, so zu leben, das war eine Geschichte, das war irrsinnig schön. Zurück in Österreich fiel ihr ein Fachbuch über Kuhhousing in die Hände. Es beschreibt die in Schweden und Dänemark zur Erfolgsgeschichte gewordene Wohnform. Und dann dieser Zufall. Grafvogel hörte von einem geplanten Kuhhousing-Projekt in Gensandorf. Flugs war sie Obfrau eines Vereins, der die ersten Entschlossenen an einen Tisch brachte und das nötige Bau und Grünland kaufte. Es ist natürlich ein ziemlicher Schritt für einen Haufen Privatpersonen, so ein riesiges Grundstück zu kaufen. Es sind immerhin 17.000 Quadratmeter. Und da ist mir damals, ich habe als Obfrau den Vertrag damals unterschrieben, war eine der Personen, die es unterschrieben hat und ich habe schon gemerkt, mir hat das Herz geklopft. Die Planung des Lebensraums passierte miteinander. Die Grundstruktur und Umsetzung lieferte der Architekt. Für mich war es ganz wichtig, eine neue Form zu finden, wo ich mit anderen Menschen zusammen leben kann, wohnen kann und auch Kontakt haben kann. Aus dem Projekt wurde ein Objekt, das sich nun schon das sechste Jahr bestens bewährt hat. 55 untereinander vernetzte Menschen unterstützen sich gegenseitig, reden, kochen, essen, waschen miteinander, sofern sie wollen. Niemand soll zum gemeinsamen Glück verpflichtet werden. Die Menschen, die hier wohnen, wollen Gemeinschaft leben, erleben, wollen sich einbringen, wollen sich austauschen, wollen über den Tellerrand der persönlichen Familiensituation hinausgehen. Da es in der Nähe keinen Lebensmittelmarkt gibt, kommt Obst und Gemüse, Milch, Butter, Käse und Brot aus biologischer Landwirtschaft, versteht sich, einmal wöchentlich ins Haus. Größere Anschaffungen und Investitionen werden gemeinschaftlich abgestimmt. Wenn jeder sein Einfamilienhaus betreuen muss, kostet ihm das viel mehr, als wenn es eine Gemeinschaft gibt, die eine Anlage betreut. Aber es ist auch die Hilfestellung bei der Kinderbetreuung, beim Kochen, beim Gemeinsamen. Wir haben Gemeinschaftswaschmaschinen, nur drei Stück Waschmaschinen für die ganze Siedlung. Das sind aber Profimaschinen, die solargespeist sind und mit Regenwasser gespeist sind. Der Energieverbrauch eines Haushalts hier ist um ein Drittel niedriger als der einer herkömmlichen Wohnung. In so einer Gemeinschaft, wie wir sie hier geplant haben und umgesetzt haben, ist die Gemeinschaft tragend. Das heißt, die ist eigentlich zeitlos. Und das ist ein Aspekt, der wahrscheinlich neu ist und der zukunftsträchtig ist. Die Idee des Co-Housing scheint immer mehr Menschen zu gefallen. Auch in Österreich, wo in den letzten Jahren einige ähnliche Projekte entstanden und neue in Planung sind.